Wir nähern uns dem Portal der Beschleunigung. Vom 1. bis zum 11. November werden wir elf kraftvolle Portal-Tage erleben. Das Wachstum, das wir in dieser Zeit erreichen können, kann immens sein. Im Gegensatz zu anderen starken Portalen, wie den Portalen 7-7 oder 8-8, ist dieses Portal einzigartig. Das Beste an diesem bevorstehenden Portal ist die Aufwertung des Lichtkörpers. Wir werden noch mehr Licht halten und unsere Schwingungen auf neue Höhen heben können. Lasst uns diese transformative Phase begrüßen und uns für die unglaublichen Möglichkeiten öffnen, die diese mit sich bringt.